Wie geht es mit den Nails-Bellen an? Dann geht es so, Jeda kriegt ein Tor. Du bist die 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 7. 5. 5. 5. Ok, und nun geht das los. So, ein Tor wird wie ein Takt. So, und nun ist das so, wenn ich es so mag, dann sage ich Mienthal. Ich bin der Nummer 3. Also sage ich 3 und mit dem 2. Schnipser brauche ich einen anderen Punkt. So, wie soll ich denn? 3. 5. Und dann wirst du als nächster anweslich und sagst den 5. 5. 5. 5. Ok, dann wirst du mal versäugt. Ey, jetzt ganz sinnig und suche anfangen. 3. 5. 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 6. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 8. 8. 9. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. David? David Abenz? Bis zum nächsten Mal.